Willkommen zurück zu Let's Play The Sims 4. Wie man sieht, ist der gute Edgar hier noch im Garten unterwegs. Oh, die Wehen haben eingesetzt. Chrissy platzt vor vorne. Okay, ich würde sagen, Baby im Krankenhaus bekommen. Und du fährst mal bitte mit ins Krankenhaus. Ich stehe ins Krankenhaus mit euch beiden. Nibiii, das Kind kommt. Äh, wo bist du gerade? Willst du denn Wolkenschon outfit ändern? Nee, er kann nicht mit, okay. Chrissy geht auch ins Krankenhaus. Yippie, wir kriegen ein Baby. Ah, und man sieht es schon hier oben. Eine Person hat Familie Andrena heruntergeladen. Was hat es damit aussieht? Ich wurde gebeten... Oh ja, ich wurde gebeten von dem lieben Tim. Wurde gefragt als Kommentar, ob ich nicht die... Ähm... Ah, es ist ein Mädchen! Yay! Ich erzähle jetzt kurz zu Ende. Also, ich wurde gebeten, ob ich denn nicht meine Familie... Nicht meine Familie, die Familie mit Herbie und mit Chrissy kann man ja schon runterladen. Einfach unter Andrena suchen, dort findet man das. Wenn man jetzt ebenfalls Andrena sucht, findet man unter Familie Andrena auch mein Haus. Die neue umgebaute Version, die man jetzt hier sieht, die gibt es jetzt auch zu sehen als... Kann man sie jetzt herunterladen? In der aktuellen Version, so wie sie jetzt da ist, kann man sie herunterladen. Also Tim, wenn du das hier hörst, ja, ich habe es hochgeladen. Du kannst sie jetzt gerne herunterladen. Gerade eben habt ihr schon gesehen, einmal wurde es heruntergeladen. Familie Andrena sogar schon zweimal. Finde ich schon super. Und ja, es wurde einmal heruntergeladen, das schöne Haus. Schaut es euch an, wenn ihr gerne mit Familie Andrena spielen wollt, könnt ihr dann selber spielen, wenn ihr Sims 4 habt. So, Vorname des lieben Kindes. Ich sollte vielleicht mal euch sagen lassen, wie ich das Kind nennen soll. Namensvorschläge, nur das ist jetzt leider zu spät. Ihr dürft trotzdem mal, falls ich nochmal ein Kind kriege, dürft ihr mir unter dieser Folge gerne Namensvorschläge schreiben. Würde mich mal interessieren, wie ich denn meine Kinder nennen soll. Bitte vernünftige Namen. Ich möchte ungern, dass mein Kind später Furzgesicht Andrena heißt. Ist zwar schön und gut, dass ihr das möchtet, aber ich glaube, das werde ich dann nicht machen. Also bitte vernünftige Namen. Nenn mir einfach gerne auch Doppelnamen, was auch immer. Chantal Sophie und ich glaube, ich nenne mein Kind hier gerade auch Sophie. Ich finde Sophie ist ein schöner Name. Jupp, 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 jupp. Mit P-H-I-E-Sophie-Andrina. Jippie. So. Baby geboren. Yay. Und das ist glücklicherweise nur ein Kind. Chrissy hat ihre wunderbare Figur wieder. So. Wo ist das Kind gelandet? Vermutlich hier im Schlafzimmer. Nein. Wo ist das Kind gelandet? Hilfe. Wo ist das Kind? Äh. Ja. Wer hat mein Kind gefressen? Wo ist das Kind gelandet? Hä? Ah. Da haben sie sich hingestellt. Okay. Äh. Dann wollen wir das Kind jetzt mal ganz einfach verschieben. Das Kind soll hier oben im Schlafzimmer liegen. Das kommt hier schön ins Schlafzimmer der Eltern. Und später wird es wahrscheinlich dann ihr Zimmer. Jetzt habe ich auch noch ein Mädchen bekommen. Das finde ich toll. So stelle ich mir das vor. So. Als erstes darf Chrissy sich mal darum kümmern. Äh. Herbie, du warst glaube ich gerade dabei hier den Garten zu pflegen. Und das... Oh. Oh. Wo ist der happy? Der ist ja so happy. Der ist ja richtig happy. Happy Edgar und Yannick kennen sie noch nicht. Wer ist Yannick? Puse Hell ist Yannick. Keine Ahnung. Äh. Alles ernten darf auch nochmal. Wenn ich hier was ernten kann. Alles ernten. So. Madame Mutti. Mutti darf sich jetzt noch ein bisschen um das Kind kümmern. Hallo Kind. Wie geht es dir? Yippie. So. Oh. Jetzt kann ich aber eine ganze Menge machen. Also. Bitte einmal füttern an die Brust nehmen. Windeln wechseln. Anguren. Reden. Und liebkosen. Und auch ich habe ein neues Kind. Yay. Ein Mädchen. Ich bin so gespannt wie ein Mädchen von Herbie und Chrissy aussehen wird. Da bin ich echt gespannt. Da freue ich mich schon richtig drauf. So. Trainieren. 50% erledigt. Er muss heute um 14 Uhr arbeiten. Dann würde ich sagen du trainierst noch ein bisschen mehr. Geh mal an die Grenzen. Ansonsten geht es eigentlich ganz gut. Was essen möchtest du vor der Arbeit noch? Dann einmal bitte öffnen. Hier. Fischtakos nehmen. Sehr gut. So. Audio. Sitzt am Rechner. Was machst du da am Rechner? Magst du mir das verraten? Äh. Du füllst Berichte aus für deinen Job. Ah ja. Ganz ganz wichtig. Hier. Berichte ausfüllen. 75% erledigt. Gut, dass du es machst. Das finde ich sehr gut. Bei dir möchte ich jetzt gerne. Ach hier hinten ist ja auch noch alles voll. Äh. Hatte ich jetzt die neuen Sachen schon eingepflanzt? Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Die Kartoffel hier. Pflanzen mal. Pflanzen bitte mal die Kartoffel. Berichte ausfüllen. Abgeschlossen. Sehr gut. So. Hier hätte ich jetzt auch gerne nochmal die neuen Sachen dann gepflanzt. Wo sind sie denn? In dem Inventar finde ich die. So einmal unbestimmte Frucht. Und. Magst du ja bitte pflanzen? Kommst du da so ran? Oder geht das nicht? Kann das nicht sein? Ich muss das wahrscheinlich einfach von der Wand wegrücken. Aber das geht natürlich hier schlecht. Das geht hier ganz schlecht. Das darf er mal weiterentwickeln. Und dann hier nochmal pflanzen. Und hier nochmal pflanzen. Ach ich kann das nicht einpflanzen. Äh. Komm schon. Versuche nochmal das zu bestimmen. Vielleicht kann ich das ja jetzt. Dann kann ich das ganze in Ruhe einpflanzen. Äh. Versuchen zu bestimmen. Und versuchen zu bestimmen. So. Ach Baby schläft. Sehr gut. Sie ist fertig. Und ach ist das Kind süß. Sie ist ein Mädchen. Das finde ich super. So. Chrissy. Was stellt sie? Oh Chrissy hat Hunger. Ja. Anstrengende Geburt und so. Das ist jetzt ganz wichtig. So. Hier. Einmal bitte. Äh. Öffnen. Wir haben ja noch viel leckeres Essen da. Ich bringe nochmal einen Schokokuchen so auf den Dings. Wieso musst du jetzt schlafen? Eigentlich solltest du nicht schlafen müssen. Du bist eigentlich nur ganz erschöpft. Ist das irgendwie ein Bug oder so? Oh. Pflanzerosenstrauß ist gestiegen. Ach ja. Genau. Hatte ich ja gerade gesagt. Er versucht es zu bestimmen. Giftiger Holunder. Oh Gott. Hör auf das zu essen. Sofort. Makelbeere. Hüss. Hallo. Hüss. War das jetzt. Ist das jetzt giftig? Äh. Du sollst doch nichts giftiges essen. Das ist gar nicht gut. Okay. Was haben wir jetzt noch hier? Ich bin beim falschen. Hier hätte ich... Hier wäre ich... Schwerer Deutsch und so. So. Holunder. Haben wir jetzt Holunder schon eingepflanzt? Das ist Heidelbeere. Das ist Holunder. Hier hatten wir nochmal Heidelbeere. Hier hätten wir giftiger Holunder. Bitte einmal pflanzen. So. Äh. Das hier schieben wir hier hin. Hinten kann das anscheinend nicht pflanzen. Einmal pflanzen bitte. Hier. Äh. Versuchen zu bestimmen. Jetzt haben wir hier noch die Makelbeere. Die kann er da mal einpflanzen. Ach. Komm her. Komm her. Einmal bitte pflanzen. Ja. Dann haben wir glaube ich schon alles soweit erledigt. Dann darf er hier nochmal bewässern und bewässern und bewässern und bewässern und bewässern. Ach. Ja. Liste voll. Okay. So. Er trainiert hier ganz ganz fleißig. Ihr seht schon hier. Und. Komm noch mal. Tu es noch einmal. Giftige Kamille. Ach du liebe Güte. Alles giftig hier. Das ist gar nicht gut. Äh. Unbestimmte Blumen. Okay. Äh. Hier. Danke. Äh. 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 Wo habe ich jetzt die giftige Kamille? Kamille. Giftige Kamille. Okay. Die bitte einmal nochmal pflanzen. Ja. Ach. Jetzt gießt er hier auch gleich mit. Das ist ja nett. Er bewässert. Ach klar. Er bewässert erstmal alles. Natürlich. Wie könnte es anders sein. So. Er. Komm. Zieh noch einmal. Komm das schaffst du. So. Chrissy schläft. Das macht Herbie gerade. Herbie ist noch hier am pflegen. Ha. Perfetto. Oh jetzt wieder einiges dabei. Und. Hunger hat der gute Herbie. Ja. Jetzt haben wir auch endlich mal. Haben wir. Das heißt endlich mal ein Kind. Oh. Äh. Gina war da. Äh. Hallo Gina. Tut mir leid, dass ich dich grad nicht gesehen habe. Das tut mir jetzt wirklich leid. Ich hätte dich gerne begrüßt. Aber. Zeitlich war das grad nicht drin. Achja. Das kann er jetzt da durchgießen. Oder wie. Und hier fehlt jetzt auch noch. Weiß ich nicht was da gepflanzt ist. Das darf nicht wahr sein. Ah. UFO. Unbekanntes Fruchtobjekt. Merkwisch. Oh. Er muss auf Toilette. Äh. Audio. Äh. Audio. Dir geht es nicht gut wegen dem. Okay. Essen und zur Arbeit gehen. Äh. Hörst du auf zu. Hörst du hier mit auf. Geh bitte zu. Trainier an die Grenzen gehen. Essen fällt heute aus. Du musst zur Arbeit Kollege Schnürschuh. Ja. Oh. Und er stinkt. Oh. Das ist gar nicht gut. So wird er heute nicht befördert. Na ja. Ah gut. Er muss zu. Das kriegen wir schon hin. Irgendwie kriegen wir das schon hin. So. Ja ja ja. Hier. Äh. Magst du hier nochmal. Achso. Er wird jetzt auch aufhören. Na ja. Ist schon alles weg. Nö. Muss nicht sein. Ja. Ich weiß was ich weiß. Ist nichts mit Bewässern. Pflanze das nochmal ein. Äh. Danach. Einmal bitte hier verwenden. Schlafen möchtest du auch schon wieder essen. Hunger hat er. Komm her. Einmal hier öffnen. Und lecker Hummertortellini essen. Oh. Yummy. Und dann darfst du auch gleich ins Bett gehen. Hier komm. Geh. Schlafen. Sehr gut. Ah. Was mir noch aufgefallen ist. Hier bei unserem Poolhaus. Da hätte ich noch eine Idee. Wenn wir hier sowieso eine Party feiern wollen. Also falls wir hier eine Party feiern wollen würden. Ich habe das innen drin gar nicht gestrichen. Oh Gott. Das muss ich gleich noch ändern. Christi muss in einer Stunde bei der Arbeit sein. Und ist noch todmüde. Dumpa baum. Ähm. Okay. Herbie ist hier durch. Mit Gartenpflege wenn ich es richtig gesehen habe. Muss noch was weiterentwickelt werden oder so. Nö. Hier ist auch der Garten komplett gepflegt. Na hier ist noch. Hier darf er nochmal bewässern. So. Das ist soweit erledigt. Äh. Danach. Herbie bitte einmal kurz. Liebe Tierchen füttern. Unsere Kuhpflanzenbäre. Die möchte natürlich gefüttert werden. So. Dann öffnen. Und bitte. Thunfischauflauf ausgezeichnet. Hm. Er ist ja der Maler. Musikalisches Genie. Ne. Welchen Job hat er jetzt gerade? Amateurunterhalter. Okay. Ja. Oh. Kleine Kuhpflanze. Das Bärchen kümmert sich um dich. Ähm. Amateurunterhalter. Was muss. Ich bin ein bisschen raus ehrlich gesagt. Weil ich ja den Urlaub gemacht habe. Bin ich gerade so ein bisschen raus. Wieso kannst du da jetzt nicht. Komm. Du kannst da jetzt was zu essen holen. Nur weil. Komm jetzt. Tu nicht so. Okay. Öffnen. Äh. Hier. Nimm Hamburger Kuchen. Chrissy. Wann musst du bei der Arbeit sein? Gleich. Also relativ bald. Dann würde ich sagen du darfst vorhin zu schlafen. Das Kind ist gerade glücklich. Das Kind war gerade glücklich. Okay. Bitte einmal hier. Äh. Schmutzige Windel wechseln. Mit Flasche füttern. Und. Reden. Herbie. Tut mir leid. Torte essen muss ausfallen. Mutti muss zur Arbeit. Dann muss jetzt der Vater ran. Ist ja nichts Schlimmes an und für sich. Also. Ist ja nicht so. Dass du dich da nicht drum kümmern kannst. Gina war schon wieder da. Und ich hab's nicht gesehen. Wieso. Ich brauche echt ne Türklingel. Ich brauche hier ne Türklingel. Aber unbedingt. Das Kind ist ja ganz einsam. Was ist mit Audios selbst sicher? Sehr gut. Okay. Wenn du da umfällig bist, darfst du hier deinen Kuchen weiter essen. Auf jeden Fall. Also. Wie geht's dem Kind? Wie geht's dem guten? Sophie. Komm mal her Sophie. Ja. Ist alles gut. Alles ist gut. Unser Haus sieht jetzt schön aus. Also es gibt kein Problem. Die Welt ist in Ordnung. Sophie Andrena. Baby. Oh. Guck mal. Papa ist ein Bärchen. Papa ist ein Bärchen. Papa ist ein Bärchen. Ja. Sie will ihm wahrscheinlich die ganze Zeit nur knuddeln. Weil sie so nach dem Motto Teddy. Ja. Das wäre ganz süß ne. Wenn das klappen würde. Naja. So. Jetzt ist es eigentlich ganz glücklich. Ähm. Gucken was das Kind jetzt macht. Ich muss nicht immer darauf achten, dass es dem Kind gut geht. Vorher irgendwas passiert. So. Er schleppt sich ins Bett, weil er todmüde ist. Herbie. Was stellen wir mit dir an? Wenn du dich nicht gerade ums Kind kümmerst. Erstmal können wir das hier mal kurz wegpacken. So. Was möchtest du? Du möchtest Musik schreiben üben. Es ist schon alles erledigt. Vier Lieder schreiben und mit lizenzierten Liedern Geld. Kann ich jetzt hier schon Lied spielen, Konzert geben, üben. Ich würde sagen, du übst jetzt mal eine Runde. Danach darfst du dich ein bisschen um ihn kümmern, füttern, streicheln und mit ihm spielen. Und ich werde jetzt mal kurz in den Baumodus gehen und hier tapezieren. Das ist ja nicht auszuhalten. Das habe ich vergessen zu tapezieren. Okay. Wir haben hier einen schönen Holzfußboden. Was nehmen wir denn hier drin? Mauerwerk. Ich finde Mauerwerk immer ganz cool, wenn es vernünftig ist. Einfach urban. Das sieht eigentlich ganz cool aus. So. Das kommt hier rein. Was mir hier jetzt noch fehlt, in so einen Partyraum hier. Nochmal zurück. Einrichtungstechnisch. Ich habe ein Ding noch nicht gekauft. Ich finde hier immer wieder Sachen, die ich noch nicht habe. Lagerung. Kommoden. Ich hatte schon Kiefernduft. Okay. Jetzt habe ich das mal angeklickt. Ich muss hier echt alles mal anklicken. Hier, was gibt es hier zusätzlich Neues? Ach, das Ding. Okay. Angeklickt. Beleuchtung. Gibt es hier auch einiges Neues. Ich habe das alles mal angeklickt. Super. Ach, gehen wir auf alles. Dann sehe ich auch alles was Neues. Die Lampe hier, die Oregane, die sind echt cool aus. Die muss ich mir echt mal irgendwo hinstellen. So als für die Gartenparty und so. Die sieht wirklich cool aus. Kann ich mir hier hinstellen. So. Das ist doch geil. Die ist wirklich schön. Muss ich ehrlich sagen. Hat sich doch gelohnt. Die wahre und einzige Holzfunkel ist jetzt nicht so meins. Also da gibt es doch hübscheres Mondlichtlaternen. Die ist auch cool. Na, aber ich glaube, das lassen wir jetzt erstmal. Was haben wir hier? Schreibtischlampe Rückkehr. Nee. Ich habe hier da eine schöne Schreibtischlampe stehen. Beleuchtung hinter Aktivitäten und Fähigkeiten. Hier wollte ich hier Musik. Denn mir fehlt noch das königliche Mikro. Ich habe hier nirgendwo ein Mikro in meinem Haus. Dann so ein echter Entertainer wie Herbie das ist. Der braucht doch ein Mikro. So. Wir stellen hier mal ein Mikro hin. Irgendwo, irgendwie, irgendwo, irgendwann. Dann kann er, wenn ich das da hinstelle, kann er sich da hinterstellen und ein bisschen rumdudeln. Unser Amateur Entertainer. Sehr gut. Hier haben wir noch eine viel zu teure Geige. Klassisches Altklavier. Ja, ja, ja. Das ist alles wunderschön, aber wir lassen es erstmal so. Und die Lampe, die gefällt mir wirklich gut. So. So. Herbie, eine Runde. Sehr cool. So sollte es laufen. So. Du, mein Freund, du schläfst noch. Wie lange musst du denn noch schlafen? Noch viel zu lange. Okay. Ich muss mit dem mal wieder in den Urlaub fahren. Hier ist er wenigstens komplett soweit. Er ist hier auch soweit. Leistung ist aber gerade nicht ganz so pralle. Er ist nicht energiegeladen. Das hätte ich vielleicht vorher machen sollen. Mhh. Energiegeladen. Das ist ja gar nicht so schwer, das hinzukriegen. Naja, naja, naja. So. Hier haben wir alles eingepflanzt. Aber hier muss Herbie nochmal ran. Das Ganze hier mal ein bisschen pflegen. Weil es hier schon wieder echt grauselig aussieht. So. Wie geht es dem Kind? Hallo, kleine Sophie. Wie geht es dir? Oh, Werbedeal. Ein gewisser Deo-Hersteller bietet Chrissy Geld an, damit sie in die nächsten Veranstaltung für ein neues Produkt wirbt. Sie mussten dabei nicht viel tun. Nur ein T-Shirt mit Hitzemarkierung tragen, das ihre Axt dann betont. Kurz mit mir dazu machen, dass ihr das, äh, wie ihr es dir hilft, cool zu bleiben. Soll sie den Handel annehmen und ablehnen. Näh, ablehnen bringt doch nix. Chrissy verweigert sich, Verrat zu begegnen und die Fans leben sie dafür. Sie loben, bla bla bla. Tja, passt schon. Ich verdiene genug Geld. Ich brauche sie noch Geld von einer Werbefirma. Ah, Kind ist glücklich. Kind ist grün. Kind ist glücklich. Super. So, ein Bärchen am Klavier. Spielt hier lustig. Witze schreiben. Musik ist als Tagesabgabe abgeschlossen. Ist alles gut. Klingeling geht auch wunderbar. Oh, das freut mich, ja. Er dudelt hier lustig vor sich hin. Ja, so macht es doch Spaß. So, wie sieht es hier aus? Kann man sich da irgendwas verbessern? Verbessern. Robuste Armaturen. Könnte man mit wieder mal benutzen. Joa, also ich muss sagen, jetzt mit dem neuen Umbau gefällt mir wirklich, wirklich gut. Äh, wie sieht es bei den Fähigkeiten gerade aus? Feinschmecher kochen. Super. Klavier ist da. Fitness. Ah, Klavier ist erst Level 7. Kreativität. Oder wie auch in der Gitarre schreiben. Gibt es keine Musik? Ne, ne? Videospiele, Klavier, Geschicklichkeit, Gartenarbeit. Joa. Aber ich würde sagen, das war es schon wieder von dieser Folge. Es hat mich gefreut, dass ihr eingeschaltet habt. Ich werde am nächsten Mal das Klavier hier ausprobieren. Kann ein paar Witze erzählen. Hat mich gefreut, dass ihr eingeschaltet habt. Wird mich noch mehr freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder einschaltet. Bis dahin. Ciao.